Wie du diese Blätterteigsterne mit einer Ciotto-Füllung selber machen kannst, das zeige ich dir. Du brauchst Blätterteig, Ciotos, ein Ei und Zartbitterschokolade. Du kannst natürlich auch voll mit Schokolade nehmen. Das Ganze braucht gerade mal 15 Minuten und dann sind sie schon fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020